Hallo die hallo Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von Shakes and Fidget. Ja und heute habe ich mal wieder einen Gast dabei den solltet ihr inzwischen gut kennen nämlich den Gorgos. Hallo. Joa und ich habe mir gedacht wir könnten heute darüber reden dass in letzter Zeit recht viele Leute mit Shakes and Fidget Let's Play aufgehört haben also jetzt zumindest zwei Leute mit denen ich auch selber öfters mal aufgenommen habe und die nette Leute sind nämlich zum einen zum einen ist da der Red Bull Mo und zum einen der Tomek und ja falls ihr es noch nicht wusstet wisst ihr es jetzt oh mein Gott und hier ist ein Epic im Laden aber das genauso gut wie das was ich gerade schon angelegt habe naja was hältst du denn zu dieser was sagst du denn zu dieser allgemeinen Lage ähm ja ist scheiße also von dem Red Bull Mo hätte ich das nie gedacht ähm ja und von von dem Thomas auf keinen Fall wirklich das waren zwei Let's Player ähm die haben halt ziemlich gerne Shakes and Fidget Videos gemacht und deswegen habe ich bei denen keinen Grund gesehen wieso die aufhören sollten. Ja geht mir genauso ich habe auch so was eigentlich also kommen sehen habe ich das auf jeden Fall nicht und ja das ist irgendwie sehr schade. Ja vor allem habe ich bei Thomas gedacht also bei Tomek 1985 dass der das als Hauptprojekt macht ich meine Shakes and Fidget keine Frage ist bei mir auch ein Let's Play Projekt aber es gestaltet mein Kanal es ist die das Wort passt nicht so es ist die Hauptsache äh von meinem Kanal und das ist praktisch von einer Mindmap die Mitte und alles was drumherum ist sind andere Projekte die ich mal Let's Playen wollte einfach als normaler Let's Player es ist ja so als Shakes and Fidget Let's Player bin ich bekannt als Gorgos wenn ich jetzt mit anderen kommuniziere wenn ich jetzt zum Beispiel auf einen Teamspeak Server gehe von einem anderen YouTuber nenne ich mich nicht Gorgos dann nenne ich mich durchaus auch gerne mal Killing Konstantin also du verstehst worauf ich hinaus will. Ja das tue ich. Ich würde mich jetzt ich weiß nicht wenn man mich fragen würde würde ich mich Gorgos um nennen dann ja und nein weil Killing Konstantin ist eigentlich auch der Kanalname geplant für das eigentliche Dark Project Prinzip verstehst du und von dem her ob Gorgos oder Killing Konstantin ist mir eigentlich egal aber ungefähr 40 Prozent Killing Konstantin 60 Prozent Gorgos so und ich habe bei Tomek gedacht dass der einfach mit Shakes and Fidget weitermacht und dann auf einmal so ja die Gilde ist nicht mehr motiviert genug ich meine die ist ja auf Rang 1 gewesen was will er mehr wieso löst der eine Rang 1 Gilde auf ich verstehe es nicht da muss irgendwas passiert dann kann man sagen was er will auch wenn es nicht so ist auch wenn das mir nicht sagen will ich glaube da ist irgendwas passiert in seinem Rue Life oder irgendwas den hat irgendwas zerschmettert der hat aufgehört mit der Gilde der hat einen guten Grund gehabt also es war relativ ein guter Grund aber er hat definitiv einen Grund gesucht um mit den Videos aufzuhören er ist in der Hinsicht selber schuld wenn er 20.000 SF Videos raushaut und dann wenn viele seine SF Videos wollen er macht sich damit selbst Stress er hätte es weniger machen können ich zum Beispiel mache jetzt jeden zweiten Tag ein SF Video und ich merke ich fühle mich wohl damit ich würde mich unwohl fühlen wenn ich jeden Tag ein SF Part machen würde weil ich erstens wenig zeigen könnte und zweitens müsste ich mal rendern und es ist zwar wenig aber ich bin Zuschauer-LP der Lars der kommt nach Hause nimmt Videos auf rendert den Scheiß das ist sein Leben ganz ehrlich der hat nichts anderes der macht bestimmt nichts anderes außer Essen trinken schlafen äh zocken Toilettengang und ja der macht seine Videos let's play it und dann geht er arbeiten ja und wenn der Tomek das so macht mit Shakespeare dann habe ich gedacht der macht weiter so man ist ja klar gekommen damit ja und auf seinem Kanal haben wir auch der Großteil seine Shakespeare Videos geguckt wenn man mal die Aufrufzahlen von den anderen Projekten da anguckt das war nicht gerade allzu berauschend eben und wenn er mir sagt es es gibt nicht mehr viel zu zeigen das ist doch den Zuschauern egal also ein Teil davon stimmt ja man sollte immer was zeigen können ja aber man sollte nicht gleich aufhören mit Shakespeare Videos er hätte es so machen können er hätte jeden zweiten Tag ein SF Video machen können oder zwei Videos ja er muss so sein sein Stil finden und dann hätte der auch viel weniger Stress verstehst du das hat er nicht gemacht er macht 20.000 Videos hört mit allem auf klar dass dann irgendwelche Leute kommen und sagen mach SF Videos weiter und so und ich meine er weiß es selber er will zwar viel erreichen mit seinen anderen Projekten und dafür tut er auch alles aber irgendwann es geht jetzt ein Jahr und er hat vielleicht ein paar Aufrufe mehr um die 100 150 der Kerl wird merken da ihm fehlt etwas vielleicht hat er Glück das ist ja bei mir auch so Jackson Fidget ist auf jeden Fall mein Hauptprojekt es macht mir auch ultra viel Spaß und so und ich merke gerade meine Stimme halt auf den Kopfhörern naja egal auf jeden Fall und die anderen Projekte ja die kriegen so minimal Aufrufe sage ich mal aber ich mache es halt weil es mir Spaß macht aber mit Jackson Fidget würde ich jetzt nicht aufhören weil ich sehe keinen Grund dazu ja bei dir ist es auch das das Aussehen von den Chars irgendwie du hast einfach zusammengewürfelte 100 Alu-Chars bedeckt mit Spinnenleben und die sind da einfach du klickst da ein bisschen rum und die denen fehlt ein bisschen der Glanz wenn du verstehst was ich meine jeder Server bei mir hat irgendwie eine Geschichte ist mit irgendwas hinterlegt und hat auch viele Erfolge hinter sich S9 S10 da gibt es eine Gilde ich kenne den gut ich mache ja verstehst du was ich meine ich habe erst letztens mit 700 Pilzen ja ich weiß ich bleibe ein bisschen übertrieben mein SA gepusht auf weiß nicht wie viel Prozent 92 Prozent und auf das 23 ist die Winkel von Hannbüssel und die Leute wissen da was ich da will ist 24 weiße Fede alles klar so jeder hat seinen eigenen Glanz und da finde ich musst du ein bisschen mehr herausstechen also du musst irgendwas finden was in deinem Char besonders ist vielleicht mal 300 Alu spielen oder so für eine Zeit lang wenn du mir Geld schenkst also dann mache ich das definitiv ja ist halt nicht immer so leicht ja das war jetzt wenn ich dann selber arbeiten bin dann kann das vielleicht wird das wahrscheinlich sogar passieren 50 Euro im Monat würde ich sagen für SF teilst du einfach wie viel Accounts hast du jetzt sechs aber ich spiele nicht auf allen so richtig also ich spiele schon auf allen aktiv aber ich habe halt meine Hauptcharse die ich besser finde also mit denen ich keine Ahnung die finde ich einfach Knorke und dann gibt es andere die sind halt die sind da mit denen spiele ich auch gerne aber die sind jetzt nicht so wichtig wie die anderen verstehe schon habe ich auch ein paar aber nee eigentlich ich die wo ich jetzt aktiv spiele die spiele ich auch aktiv und die wo ich wirklich nicht so aktiv spiele sind dann auch wirklich die inaktiven also es gibt nicht so ein Schabuch hast du nicht Nö ich habe die Server wo ich angefangen habe spiele ich auch weiter zumindest ist es bisher immer so gewesen okay ja das war eben meine Meinung zu Tomek und ja wenn er damit glücklich wird dann von mir aus ich sag's nur er hat viel mit SF erreicht wenn er das ganze aufgibt und kein Bock mehr hat okay dann ist seine Entscheidung aber ich habe es halt nur gesagt dass er schade ist und er muss wissen was er tut er kann es dazu nicht sagen das sehe ich ganz genau so und was jetzt bei Red Bull Mo ich verstehe sein Problem nicht so richtig also doch na klar verstehe ich sein Problem er kommt nicht mehr auf den Account aber wieso vergisst er sein Passwort ich würde niemals mein Passwort vergessen Tja hättest du doch aufschreiben können naja das weiß ich also ich hätte ich hätte aus dem Grund definitiv nicht aufgehört aber ja auch nicht naja ist sein ist ja seine Sache und wenn er meint ist das bessere für ihn dann will ich ihn jetzt auch nicht zwangsweise umstimmen das ist dann ja auch nicht richtig finde ich zumindest ja der mit Bull Mo er hat immer so coole Themen gehabt mit dem kommt auch so gut drüber reden oder so ja mit dem habe ich auch gerne zusammen Videos gemacht ich mache zwar mit den anderen auch gerne zusammen Videos aber mit ihm war irgendwie immer was besonderes vor allem weil er auch immer ein bisschen verpeilt war ja was sagst du zum Gamesywoodler würdest du den noch als Shakes and Fidgets Player bezeichnen? Pfff weiß nicht also ich schon noch also er macht auf jeden Fall Shakes and Fidgets Plays und er ist nicht so aktiv also macht vielleicht in der Woche zwei SF Videos ähm so schlecht ist das jetzt nicht unbedingt aber ich meine er kann durchaus aktiver werden ich mache ja meistens auch nur zwei außer ich habe mal ein bisschen mehr Zeit ja aber zumindest habe ich es jetzt in den letzten Tagen nicht verpennt immer das Dämonen Portal zu machen ja ich auch nicht und dafür habe ich jetzt aber auch einen gelegt außerhalb des Videos sowas mag ich aber gar nicht spielst du eigentlich auf S34? äh nein auf S34 habe ich verdammt wenig Glück was die Schlüssel betrifft echt das ist total scheiße passiert mal passiert mal würde ich jetzt mal so sagen äh was hast du? ähm gute Frage Problem habe ich auf jeden Fall nicht naja ja und du sagst ja jetzt hier es geht jetzt um das Thema dass die Shakes and Fidgets Player aufhören und ja ähm mit aufhören da kann man eigentlich auch gut den Terra mit einbeziehen weil den Terra-Nigma würde ich gar nicht mehr als Terra-Nigma bezeichnen das ist er hat der Kanal der SZähler-Packs der neue besteht aus zwei Leuten man kann ihn jetzt als Paul bezeichnen also man kann jetzt wirklich Paul zu ihm sagen Terra ist irgendwie so ein bisschen jetzt Insider geworden Insidermäßig für die Leute die noch seinen alten Kanal kennen genau und sonst zu der Peking-Ente da kann man ruhig Selina sagen also das vom SZähler steht für steht ja für Selina und soviel weiß ich ja und sie machen halt auch nicht so oft ein Video ja irgendwie ganz selten davor Terra irgendwie ganz oft Videos und jetzt ja ahja Terra war so richtig dabei der hat so aufgeholt der hätte noch so viel reichen können naja naja hoffentlich wird es nicht irgendwie so dass in nächster Zeit die ganzen großen oder größeren so aufhören weil also mich wird es nicht stört ach na ich erst mal ich sehe man sieht andere YouTuber doch nicht als Konkurrenz an zumindest finde ich das nicht so ne außer irgendwelche Leute die man irgendwie total hasst aber da gibt es auch nur einen und der hat aufgehört und das war noch bevor ich angefangen habe Let's Plays zu machen Games ja wer war das? Mr. Freaky Game LP Freaky Game äh ich hatte ihn auch nominiert einfach zur Iceparket Challenge weil ich sehen wollte wie er sich Wasser über den Kopf schüttet ich kenne ihn nicht so richtig im real life ich habe ihn einmal gesehen und da war er mir schon unsympathisch okay und deswegen oh mein Gott ich hatte gar nicht vor hier einen Dungeon zu legen naja was haben wir jetzt gemacht yay jetzt bin ich voll glücklich merkt ihr das? merkt ihr das? ich könnte ihn auch irgendwo in die Toilette schmeißen äh ja ich hab jetzt ich hatte einen Kommentar unter dem Video gekriegt dass ich hier mal auf S22 mir die Dungeons aufsparen soll bis zur äh Level bis zur Bremse damit ich dann äh mehr legen kann das werde ich jetzt auch so tun weil naja ich komm hier eh ich würde hier eh nicht mit den Dungeons vorankommen weil ja der Lois läuft hier gerade nicht so ne und ja ich hab ja noch fünf andere Server auf denen es dann immer Dungeons gibt das sollte doch hoffentlich reichen oder? oder? was sagst du dazu? ja auf jeden Fall ja das ist doch super so ich äh eine Sache die ich noch unbedingt erwähnen wollte weil irgendwie ja das wollte ich noch erwähnen erstmal gestern war wieder von wer dem ist der Community Tag ich war natürlich wieder dabei mit ihm mach ich auch die Tom Clancy's Ghost Reak and Phantoms Let's Plays aber die kommen nur auf seinem Kanal weil mein scheiß PC zu blöd ist das gleichzeitig aufzunehmen und zu zocken ohne dass es laggt deswegen naja zocke ich halt nur mit und kommentiere mit dann könnt ihr euch bei ihm mal reinziehen und gestern war Left 4 Dead gespielt hab ich auch noch ein paar Aufnahmen gemacht die werden dann auch demnächst hier noch hochgeladen die sind sogar einigermaßen gut geworden hehehe und ich versuch jetzt auch in andere Let's Plays also nicht nur bei Shakespeare sondern auch irgendwie bei Night Shift oder Gothic Leute dabei zu haben die einfach das Spiel auch let's playen oder sich zumindest damit auskennen ich hatte ja schon mal den Lizard bei Gothic dabei und einfach ja damit noch ein paar Leute dabei sind ich finde wenn man noch so einen zweiten Kommentator dabei hat ist das Ganze einfach nochmal ein Stückchen geiler was sagst du dazu ja ich finde man kommt noch mehr aus sich raus man wird was ich sag so ich komm nicht mehr aus mir raus ich werde doppelt so geil naja wenn du das jetzt so sagen willst das müssen dann die das müssen dann die Zuschauer bezeugen Hashtag doppelt so geil ja das wird der neue Trend auf Twitter ja man Gorgos Hashtag doppelt so geil Apropos Twitter bist du da überhaupt? äh nö in irgendwie ich fand Twitter eigentlich irgendwie immer voll scheiß und hab den Sinn nicht richtig verstanden aber in letzter Zeit häng ich die ganze Zeit darauf rum ich weiß ja noch nicht mal wieso hm hast du dir eigentlich zufälligerweise Serious Sam geholt? äh nein hab ich nicht ah okay ich hab mir in letzter Zeit Sacred 1 geholt weil ich das unbedingt nochmal let's playen will und weil ich einfach ich will unbedingt Sacred 2 spielen das ist eine recht lustige Story äh ich höre in letzter Zeit sehr viel Blind Guardian das ist so Power Metal und das klingt einfach voll geil finde ich und äh läuft bei dir? bei Sacred 2 ist ein Song von denen nach einer speziellen Quest wenn man die erfüllt hat und den will ich unbedingt hören weil ich kenn den Song schon so und find den einfach nur ultra geil und jetzt noch in einem coolen RPG alter das wärs doch ey deswegen dann will ich halt alle wenn schon alles spielen dann passt ah wieso nicht ja und jetzt sind wir auch fertig auf allen Servern ich muss gleich weg und Gorgos du glaub ich auch ja ich muss auch weg also würde ich mal sagen dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder schreibt mal eure Meinungen dazu in die Kommentare was ihr darüber findet oder was ihr davon haltet dass ein paar der Let's Player in letzter Zeit aufgehört haben von Shakespeare und was ihr davon haltet dass ich noch Co-Kommentatoren in anderen Let's Plays haben will jo und schaut auf jeden Fall nochmal beim Gorgos vorbei wenn ihr das noch nicht getan habt und ja dann lass ich dich dir auch nochmal ach mein Gott lass ich dich auch noch eine Verabschiedung machen okay ja danke dass ich hier dabei sein durfte ich wünsche euch was haut rein und wie gesagt schreibt in die Kommentare was ihr darüber denkt ja und dann sehen wir uns machts gut und ja tschaui wir sehen uns